... wie ich im Sattel sitze oder nicht, sondern dass die Mannschaft endlich zu Punkten kommt und wir müssen eben da weiter arbeiten. Ja, gerade nach der heutigen Niederlage, bleibt Willi Rundenscheider der Trainer des FC Linz? Natürlich, natürlich. Sie stehen weiter hinter ihm? Natürlich. Wenn es aber heißt, der Präsident steht hinter dem Trainer, dann ist es ja meistens ein bisschen anders. Na, bei uns ist das so. Dritter, Sechster, damit hat es sich.